Die Versorgung liegt in Allahs Hand. Das muss jeder Muslim, Muslime wissen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وما من دابتن في الارض إلا على الله رزقها. Jede Lebewesen auf dieser Erde wird von Allah, subhanahu wa ta'ala, versorgt. Allahs hier Versorge. Einer der Namen Allahs, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, der Versorger, subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir im Herzen tragen. Noch ein Punkt. Es gibt Asbab, Asbab heißt Gründe, wie die Versorgung sich vermehrt. Und es gibt Asbab für die Verringerung der Versorgung. Und das liegt an dir selbst. Ich erinnere mich an die Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Und ich glaube fest daran, Alhamdulillah, dass das, was ibn Abbas sagt, ist Haqq, ist die Wahrheit. Wir haben das selber auch alle erlebt, denke ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Einer der, beispielsweise, und das ist einer der Gründe für die Verringerung des Rizks, von Rizk, ist Al-Maasiyah. Versorgung. Ist Al-Maasiyah. Die Sünde. Die Ungehorsamkeit. Ibn al-Qayyim hat das in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Al-Jawab-i-Kafi. Al-Jawab-i-Kafi. Liyman sa'ala an Ad-Daw'a al-Shafi. Das heißt, die ausreichende Antwort für den, der sucht, nach der heilenden, sagt man, Ad-Daw'a al-Shafi, eine heilende Medizin. Oder Ad-Daw'a al-Daw'a. Ad-Daw'a, die Krankheit, Ad-Daw'a, Medizin. In diesem Buch hat Ibn al-Qayyim auch darüber geschrieben, Subhanallah al-Adhim, dass die Sünde, die Ungehorsamkeit, beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich ziehe mein Hijab aus, um versorgt zu werden. Hier sie versucht durch eine Maasiyah, durch eine Ungehorsamkeit gegenüber dem Versorger, Allah Azza wa Jal, der die Versorgung seiner Hand hat, ihn zu widersetzen, Azza wa Jal, um an seine Versorgung heranzukommen. Wie geht das? Hier sagt Ibn Abbas, inna lil maasiyah athar, 5, 5. Die Sünde hinterlässt fünf Spuren. Eins davon, na'udhu billah, sawadun fil wajih, Allahumma hafidun ya rabbi alamin, schwarze im Gesicht, dann sagt, zulmatun fil qalb, zulmatun fil qalb, Allahumma hafidun ya rabbi, Dunkelheit im Herzen, haben wir vorhin erwähnt, dass für jede Sünde, die du begehst, ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Fleck fällt auf dein Herz, und schwarzt das Herz, wal'iyadu billah, bis komplett schwarz wird. Möge Allah uns bewahren. Dann bildet sich eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die das Herz, a'udhu billah, die Vision, wie sagt man das, verhindert, so dass er die Wahrheit nicht mehr erkennen kann, und die Lüge, also die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und so dass er die dann verschiedene, natürlich falsche Befehle austeilt, al'iyadu billah. Dann sagt er, zulmatun ful kalb, also Dunkelheit im Herzen, dann sagt er, dhu'afun ful badan, au wahnun ful badan. Was heißt wahnun ful badan? Körperliche Schwäche. Kann sein, du bist, Mashallah, bodybuilder, und du siehst kräftig aus, und Mashallah breit im Kreuz, hast du auch, aber du bist schwach, du hast nicht die Kraft. Und das ist, die sagen die Gelehrte, Allah nimmt dir den Mut weg. Hast kein Mut mehr. Aber wir können uns bewahren. Dann sagt er hier, und das ist der wichtigste Punkt hier, وَذِيقُنْ فَرْرِزْقُ Und Verängerung, oder Verringerung der Versorgung. Das heißt, die Person, die versucht, durch falschen Mitteln, an Versorgung ranzukommen, Allah verringert ihr Versorgung. Allah bestraft diese Person, indem er seine Versorgung verringert. Und Allah subhanahu alaihi hat uns gezeigt im Qur'an, azza wa jalla. وَمَيَتَّقِ اللَّهِ يَجْجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Das sind Asbabe, ziyadet al-Rizq. Allah sagt, und denjenigen, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ ob Mann oder Frau, und dieserjenige, oder diejenige, die Allah fürchtet, natürlich hier kann man Taqwa nennen, sage ich mal ehrlich, so versuche es zu erklären, weil Taqwa und Khashya zwei verschiedene Sachen sind. Taqwa und Khashya und Khashya zwei Worte. Khashya ist die Furcht für Allah. Und Taqwa kann, manche Ulamen sagt, das sich hüten vor Allah. Wie kann ich mich hüten vor Allah, subhanahu wa ta'ala? Indem ich mich vor dem hüte, was Allah verboten hat, azza wa jalla. Ich baue zwischen mir und das, was Allah verboten hat, das, was Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, eine Trendwand. Ich vermeide es einfach. Wie Allah sagt, wala taqrabu zina, beispielsweise. Biden. Mein Alam hat sehr schön einfache Worte erklärt, sagt beispielsweise, zina ist auf dieser Straßenseite, du gehst auf der anderen Straßenseite. Vermeid es komplett. So vermeidest du alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, und das ist Taqwa Allah, azza wa jalla. Attaqil maharam. Hüte dich vor den Verboten. Vermeide sie einfach. Bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Dann bist du einer der besten Diener, Allah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und diejenigen, die sich hüten vor Allah, subhanahu wa ta'ala, das heißt, die Taqwa, Alhamdulillah, die besitzen Taqwa und die fürchten Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Allah wird ihnen von jeder Blockade einen Ausweg geben. Für jede Schwierigkeit, die du hast, Wallahi, Allah wird ihnen Ausweg geben, subhanahu wa ta'ala. Aber die Voraussetzung ist was? Taqwa Allah, azza wa jalla. Taqwa zu Allah. Arbeite daran, hüte dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, hüte dich vor Sünden, vor alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Streng dich an. Allah hat dir etwas versprochen und es gibt niemanden, der sich, der sein Versprechen hält, wie Allah. Was macht Allah? Für jeden Problem hast du eine Lösung. Für jede, Alhamdulillah, Blockade ist ein Ausweg und dann sagt Allah, dann noch dazu als Bonus, und Allah wird ihm versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das sind die Worte von wem? Von Allah, subhanahu wa ta'ala. Soll ich jetzt mein Nafs glauben, mein Schaitan glauben, der mir sagt, Sündige, begehr eine Ungehorsamkeit, um an Rizk ranzukommen, oder soll ich auf Allah mich verlassen, subhanahu wa ta'ala, und vertraue auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich glaube ja Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Und das ist Wallahe العazim Haq. Ich sage, inna, was an Hadith von Nura Sallim, Man lazim an istighfar, jajal Allahu lahu min kule ziqen machraja, wa min kule hemmen faraja, wa razakahu, min chaythu lai ahtasib, subhanahu wa ta'ala. Also, die, die, soan, l'luzum, yani, was heißt l'luzum, l'istighfar, es heißt, j'tanlik, Allahum fagib, fagib, subhanahu wa ta'ala. Wie sieht diese istighfar aus? Es gibt verschiedene Arten. Entweder du sagst, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Oder es gibt ein anderes, astaghfirullah, al-azim wa atubu ilayh. Ou astaghfirullah, al-ladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Es gibt, alhamdulillah, al-Muslim, darin steht, wie man Allahum vergeben bittet. Und das sollte man regelmäßig machen. Das ist ein Problem in dieser Ummah, haben wir. Wir haben kein Disziplin. Diese Regelmäßigkeit. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt guckt, sieht die Krankheit, okay, passende Medizin. Er gibt dir, mashallah, eine bestimmte Medizin, aber er gibt dir auch eine Dosis noch dazu und die Dauer die Dauer der Medizin, wie oft du sie nehmen musst. Wie oft täglich und wie viele Monate beispielsweise oder Jahre. Warum? Weil dann haben wir ein Ergebnis. Heilung. Genauso ist das Problem der Ummah. Er macht ein, zwei Tage, ist dir war und sagt, ich habe nichts gesehen. Nein, sagt der Rasul Al-Mal-lazima. Al-Lusum heißt ständig auf Dauer Allahum vergeben bitten und nicht nur aus der Zunge. Vorsicht! Das Herz muss Allahum vergeben bitten. Da erinnere ich euch kurz im Buch der Tadkir von Al-Qurthubi Er hat geschrieben über Sayyidina Ali hat gesehen, dass jemand nach dem Gebet ist der Gefahr gemacht hat. Es gibt heute, wir hören, verzeiht mich, bin niemand, niemand lässt sein, inshaAllah, es ist nur als Erinnerung. Sayyidina Ali sei jemand nach dem Gebet der ist der Gefahr gemacht, das heißt, es gibt Werte, so schnell, dass du nichts mehr verstehst und nichts begreifst, sein Verstand, Allahum schwebt im Universum, sein Herz im Universum, ein Spazierender Küche bei seiner Familie zu Hause, und seine Zung ist bei Allah. A'udhu Billahi min Ghadabillah. Und das war's. Ich habe Allahum vergeben, ist die Sache erledigt. Nein. Sayyidina Ali guckt den Mann an, sagt, ja Fulam, mach nochmal Estighfar. Der Mann macht wieder Estighfar. Aber wieder auf die gleiche Art und Weise, die nicht richtig war. Dann immer wieder Estighfar. Dann Sayyidina Ali hat den angeguckt, den Satz finde ich sehr schön, Subhanallah. Er sagt, ja Fulam, inna Estighfaraka jehterju ila Estighfar. Verstehst du? Er sagt, deine Art, wie du Allahum vergeben bittest, brauchst selber Allahum Vergebung zu bitten. Das heißt, das ist falsch. Das heißt, du musst Allahum Vergebung bitten, für die Art und Weise, wie du gerade Allahum Vergebung gebeten hast. Subhan Rabbil Alamin. Nicht jeder, der Estighfar mit der Zunge macht, hat Estighfar bei Allahum Vergebung gemacht. Das heißt, hier Estighfar, ein Lusum, erstmal ständig Estighfar zu machen, auf Dauer Estighfar zu machen, und nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen noch dazu, bis du spürst, dass dein Herz wirklich bedauert und bereut auch die Sünde. Und stell dir jedes Mal beim Estighfar die Sünde vor, die du gemacht hast, bis dein Herz gebrochen ist für Allahum Vergebung. Subhanallah. Das ist soweit, irgendwann mal schaffst du es, bei Estighfar eine Träne zu vergießen. Also, Estighfar. Da haben wir gesagt, vermeide die Sünde, dann wird Allah deinen Rizd nicht verringern, inshallah. Und er wird, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, Subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah den Ausweg geben, von jeder Blockade. Und dann wird Allah, Subhanahu wa ta'ala, dir für jedes Problem eine Lösung gibt, für jede Sorge eine Lösung geben, inshallah. Und er hat eine Angelegenheit, 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 dass Allah sagt, und derjenige, der sich hütet vor Allah, Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allah, was macht er mit ihm? Allah wird in all seinen Angelegenheiten einen Weg, eine Erleichterung gehen. Allah erleichtert alle seine Angelegenheiten. Aber, das heißt, die Ulema sagen, die Person, die kein Taqwa besitzt, Allah erschwert seine Angelegenheiten. Das heißt, vermeide die Sünde, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, hüte dich vor dem, was Allah Subhanahu wa ta'ala verboten hat, und halte dich an Istighfar, an die Bitte um Vergehen, wie wir vorhin gesagt haben, dann hast du diese, Masha'Allah, Voraussetzung, dann hast du diese Früchte von deinem Istighfar, für jede Sorge, die du hast, Allah wird dir eine Lösung geben, Inshallah. Für jede Blockade einen Ausweg, dann kommt, dann wird Allah ihn versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Es sind nicht genug, Subhanallah, Gründe da, wie wir, Inshallah, Rabbul Alamin, unsere Rizqan, unsere Rizqan kommen, dass unsere Rizqan sich vermehrt, und nicht verringert, Bidnallahi Azzawajal. Dann, ich erinnere euch an eine Geschichte, von Hassan al-Basri, Rahimahullah, an Hassan al-Basri, saß, kommt ein Mann, sagt, ja, Hassan, ja, Aba Sa'id, sagt er, Subhanallah, unsere Erde, ist betroffen von Dürr, sagt, geh und bitte Allahum vergeben, halte dich an, ist der Fahr, dann ist er, kommt der Nächste, meine Frau gebärt, keine Kinder, halte dich an, ist der Fahr, sagt er zu ihm, das ist Medizin, ihr wollt Medizin, er hat nicht gesagt, geh zum Arzt, hier hast du eine Heilmittel, die islamische Heilmittel, Wallahi al-Azim, Wallahi, Subhanahu wa ta'ala, wenn man fest daran glaubt, Allah gibt die Lösung, und Allah versorgt dich, da ist ohne Zweifel. Dann kam der Dritte und sagte, Subhanallah, wir haben kein Geld, wir sind arm. Sagt er, geh und halte dich an, ist der Fahr, bitte Allah ständig, und vergeben. Ein anderer, der neben ihm saß, hat das mitbekommen, sagte, die Leute kamen mit drei verschiedene Probleme, du hast alle drei die gleiche Lösung gegeben. Sagt er, hast du nicht gehört, was Allah sagt? Hast du nicht gehört? Sura Nuh, alayhisselam, Istagfiru Rabbakum, innahu kaan ghaffara, yurusilu ssamaha, alaykum midrara, wa yamdudkum bi amwalin, wa banin. Fakt er, hast du gehört, was Allah sagt, istagfiru Rabbakum, innahu kaan ghaffara, Subhanahu wa ta'ala, yurusilu ssamaha, alaykum midrara, ghin, wa yamdudkum bi amwalin, bisits, wa banin, Kinder. Sagt er, hast du, das ist die Lösung, die steht im Koran. Das heißt, wir haben Medizin, in Allahs Buch. wa nunazzilu min al-Qur'ani, ma huwa shifaun wa rahma, l'man. Nil Mu'minin, das heißt, die Person, die glaubt an das, was im Koran steht, glauben ohne Zweifel, die Jaqin, die Gewissheit zu haben, das, was Allah sagt, ist Haq. Ist die Wahrheit. Ich vertraue auf das, was Allah sagt, weil das die Wahrheit ist. Allah sagt, dieser Koran ist Heilung für diese Leute. und Gnade und Barmherzigkeit für diese Menschen. Aber nur die, die daran glauben. Aber hier zeigt Allah die Lösung. Ist er für Rabbakum. Bittet euren Herren um Vergebung. Wahrlich, er ist allvergeben, subhanahu wa ta'ala. Ghaffara, ala fa'il fa'ala, das heißt, in übertriebener Form. Allah ist allvergeben. Er vergibt alle Sünden, subhanahu wa ta'ala. Kehrst du zurück, Allah vergibt. Allah sagt dann, anna inna Allah yuhibbul awwabin. Wer sind die Awwabin? Aba, yani raja'ah. Allah liebt, die immer wieder zurückkehren. Subhanallah. Sayyidina Ali sagt, das sind diejenigen, die eine Sünde begehen und ghaiat sein. Dann wieder Sünde begehen, dann ghaiat sein. Allah liebt sie. Subhanahu wa ta'ala. Allah ist rahim, azza wa jalla. Da verlieren wir die Hoffnung. Wallahi, man darf Allah nicht die Hoffnung verlieren, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt, was macht er, subhanahu wa ta'ala, wenn du Allah um Vergebung bittest? Yusufu al-sama, alaikum midrara. Allah wird dann auf euch Regen schicken, von Himmel auf Erde. Und Regen ist lebend für die Erde. Diese tote Erde, die von Dürre betroffen ist, Allah lässt sie wieder leben. Dann, wa yam dudkum bi amwal, bis am, Allah wird dich versorgen mit Besitz. Hier, hast du Geld, Besitz, was du brauchst, Abdi. Dann, was kommt noch dazu? Wabanin. Deine Frau gebert keine Kinder. Hier sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, halte dich in Istagfar, deine Frau wird Kinder bekommen. Und Wallahi, sowas haben wir in unserer Zeit erlebt. In unserer Zeit, in vielen Fällen, Frauen rufen Ulema an, meine Frau ist Aqr, sie bekommt keine Kinder. Sag, halte dich in Istagfar und Nachts gebet. Sechs Monate danach, die Frau ruft an, ich bin schwanger. Wer hat das gemacht? Allah azizajjah. Welche Mittel? Bitte Allah um vergeben, subhanahu wa ta'ala. Und gehe ich zurück zu der Aussage von Ibn Abbas, radiyallahu anhumma. Da hat er gesagt, auch die gute Tat hat fünf Früchte. Sagt Licht im Gesicht, Helligkeit im Gesicht oder weiße im Gesicht. Das heißt, Allah lässt dein Gesicht strahlen, alhamdulillah. Dann, da sagt er subhanallah, Licht im Herzen. Dann sagt er, körperliche Kraft, Allah gibt dir Kraft, auch wenn du so schmal bist, auch wenn du so dünn bist. Ja, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ibn Abdullah ibn Mas'ud, als Sahaba ihn gesehen hat, wie er die Palme hochgeklemmert hat, seine Beine waren sehr, sehr dünn. Sahaba haben gelacht. Ja, die haben gelacht. Und dann sagt er, lacht über seine Beine. Lakuallahi, seine Beine sind jaum und qiyama schwerer als Ohud. So viel wiegen sie bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Was macht das aus? Der Iman. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhumma. Dann, dann kommen wir zum Punkt, was wir brauchen ist, wasi'atun für Rizq. Und weite in der Versorgung. Das heißt, Allah azza wa jall erweitert deine Rizq durch die gute Tat. Und wenn du in einem Unglück steckst, dann müssen wir heute wissen, die Lage der Ummah. Sayyidin Ali sagt, ma nazala balaun illa bidamb wa ma rufi'a illa bidawba Sagt, jeder Unglück, der auf diese Erde kommt, ist nur durch eine Sünde heruntergekommen. Und er wird wieder hochgehoben von Allah durch Goya. Das ist mein Nasih an die Ummah. Kehrt zurück zu Allah. Verbessert euch. Wie ein Tabi sehr schön gesagt hat. Aslah ma baynakau 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 Also verbessere die Lage zwischen dir und Allah. Dann wird Allah keine Lage zwischen dir und den Menschen verbessern. Also die Probleme liegen wo? Bei uns. Ummah Muhammad sallallam muss wahrhaftig, aufrichtig zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und unsere Lösung, Allahi al-Azim kann keiner lösen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist eine kleine Geschichte von Shariq al-Balkhi rahimahullah ein bekannter Tabiri. Tagelang nicht viel Essen zu Hause, die Kinder sind fast am Verhungern. Die Mutter hält aus, alhamdulillah. Wir wissen, die Frauen, mashallah, haben Allah ihnen wirklich eine psychische Kraft gegeben, mashallah, dass sie sogar die Geburt schon, die Schwangerschaft, die Geburt tragen können, das ist wirklich eine Wunde, Allah subhanahu wa ta'ala, die er in der Frau gemacht hat. Das heißt, die haben Stärke zum Aushalten, mashallah, Ausdauer, manchmal mehr als Männer, subhanallah. Dann kommen wir zu diesem Shariq al-Balkhi, seine Frau sagt, wir können aushalten diesen Durst und diesen Hunger, aber deine Kinder schaffen es nicht mehr. Tu was. Er erinnert sich, subhanallah, an einem Freund. Dieser Freund hat ihm gesagt, egal was du brauchst, komm einfach zu mir. Schau mal, subhanallah. Allah sagt doch im Koran, Abdi, wenn du mich brauchst, bin nah. Stimmt oder stimmt das nicht? Und wenn Allah s'allt, ich 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 s'allt, Allah ist da. Allah ist nah. Subhanahu wa ta'ala. Warum bänden wir uns nicht zu Allah? Zweifeln wir an Allahs Versprachung, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns bewaren. Charik al-Balkhi unterwegs, geht an die Moschee vorbei. Subhanallah. Sagt er, ich mach zuerst zwei Raka'at, dann geh ich zu meinem Freund. Geht in die Moschee rein, subhanallah, betet zwei Raka'at, kurz nach den zwei Raka'at ist eingeschlafen. In diesem Schlaf, eine Stimme spricht zu ihm, subhanallah, hada min Allah, ru'ya min Allah, und ru'ya is haqqa im Islam. Sagt, ya Shaqiq, tadullu al-Nasa alayya wa tan-sani. Allahu akbar. Allah sagt, ya Shaqiq al-Balkhi, du gehst zu den Menschen und weist die Menschen auf mich drauf hin, darauf hin. Das heißt, du rufst die Menschen zu mir, damit sie mich bitten, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben, und du vergisst mich, das heißt, du gehst mit deinem Freund und vergisst du mich, weil er direkt vorhatte zu gehen. Dann sagt, bin ich aufgewacht nach diesem Ruf und ich habe mir vorgenommen, nicht zu ihm zu gehen, weil ich mir dachte, Allah subhanahu wa ta'ala genügt mir, Azza wa sallam. Sagt, dann bin ich nach Hause zurückgegangen, sagt, Wallahi, mein Freund, den ich vorhatte, zu ihm zu gehen, war bei mir zu Hause und hat mehr gegeben, als ich verlangen wollte. Wer ist der Gebener? Allah, auf ihm allein musste die Ummah sich heute verlassen. Al-Dua. Es gibt einen anderen, viele Geschichten, das war von Sa'id ibn Jubeir, Rahimahullah, Sa'id ibn Jubeir, ist sehr bekannte Tabi'i, Masha'Allah, der vom Hajjaj ibn Yusuf gedötet wurde. Sa'id ibn Jubeir war bekannt, dass seine Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. eines Tag, und er hat einen Hahn, dick, dick, ein Hahn bei sich zu Hause, der immer, subhanallah, ihn zum Gebet weckt, Nachtsgebet weckt, durch diese Geräusche, die er macht, diese Töne, die er macht. Wie heißt das auf Deutsch? Hayrn-Sham, jeder weiß, was ein Hahn macht, Alhamdulillah. Ta'id ibn Jubeir, sagt, eines Tages, eines Nachts, hat dieser Hahn, subhanallah, ihn nicht geweckt. dann Sa'id ibn Jubeir sagt, qata'allahu sawta. Also wenn der Hahn, er krähte jede Nacht, subhanallah, aber in dieser Nacht, hat er es nicht gemacht, so dass Sa'id ibn Jubeir nicht nachts aufstehen könnte, um Qiyam al-Layl beten zu können. Dann ist Sa'id ibn Jubeir sauer geworden, sagt, qata'allahu sawta. Das ist so ein spontaner Dua. Möge Allah dir deine Stimme nehmen, so ungefähr. Und subhanallah, sagt, die Frau von Sa'id ibn Jubeir, sagt, ab dem Tag, hat dieser Hahn nicht mehr gekräht. Wie gekräht heißt das? Subhanallah, u'anam. Sag, wir haben ihn nicht mehr gehört. Dann sagt die Frau von Sa'id ibn Jubeir, zu Sa'id ibn Jubeir, du darfst gegen keinen mehr Dua machen. So stark sind die Leute damals gewesen, im Dua zu Allah, subhanallah, und es gibt mehrere Geschichten, subhanallah, und es gibt sehr viele Dua, sehr viele Geschichten. Der Mann hat es spontan gesagt, vom Herzen, aber das ist ein Beweis, dass ein Bittgebet erhört wird von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt, Allah ist nah, Allah ist da, ruf zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Man sagt, Das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah, du brauchst nur die Hände hochzuheben zu Allah. Richtiges Essen, gutes Essen, Halal Essen, wende dich in der Zeit, wo, es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebet hat. Mach richtig Wudu, mach dich richtig zum Gebet, geh zwei Raka'at beten, im Sujud, im Niederwafung, A'ur'u ibn Zubayr, wir haben heute so viel Mittel von Allah, aber wir vergessen sie, oder wir vertrauen nicht darauf, subhanallah. Und das ist Gefährd, das ist Zweifel. Und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen. Möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. A'ur'u ibn Zubayr, das ist der Sohn von A'z-Zubayr ibn al-A'wam, radiyallahu anh, sah, wie ein Mann betet, und das ist der Fall von vielen Musliminnen heute leider. Möge Allah sie bewahren. Er sah, wie er das Gebet so pickte wie ein Hahn. Das heißt, im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. A'ur'u ibn Zubayr, nachdem der Mann fertig war, geht zu ihm, sagt, oh, man sagt, da hast du nicht ein Wohnzimmer, wenn du Allah fragen willst. Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt, du bist gerade an der Kwelle. Du verpasst vieles. Du bist bei Allah. Und Rasulullah sagt, aqrabu ma yakounu al-abdu min rabbihi, wa huwa saajid, fa akthiru al-dua, aukama qala, sallallahu anh, das heißt, der Dine Allahs ist im Sujud am nächsten zu Allah. Am nächsten. Du bist am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah. Sagt Rasulullah, dann häufig die Bittkebete. Da ist eine Stelle, der Allah subhanallah jetzt zuhört und Allah seine Bittkebete erhört. Hast du Probleme, hast du Sorgen? Anstatt zu einem Bruder zu gehen und klagen, klagen, geh doch zu Allah. Allah hört dir zu. Und subhanallah sagt, Ibn Adam, Ibn Adam, in sa'altahu yakadabu, wallaha, in lam tas'alhu yakadabu. Subhan Rabbil al-alem. Sagt der Sohn Adam, wenn du ihn einmal fragst, zweimal, dreimal, er wird irgendwann mal sauer sein. Hat keine Lust mehr. Aber Allah, wann wird Allah sauer? Erst wenn du ihn nicht fragst, wird Allah sauer. Allah wird erst sauer, wenn du ihn nicht fragst. Allah will deine Bittkebete hören. Und wenn Allah noch an Nasirah an meine Geschwister, insha'Allah, wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum er jetzt über Dua, das ist auch ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit etwas anderes. Er weint. Er will auf irgendwas drauf aufmerksam machen. Stimmt? Er hat Hunger. Er hat Durst. Er weint. Er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah. Sagen die Ulema, müssen wir bei Allah weinen. Weinen. Weinen, wie das Baby so oft weint, bis die Mutter ihn stillt und ihn zufriedenstellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Taqara'u Abu Abbasana. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein. Das Herz muss sich zu Allah wenden. Du klopfst in den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abid Darda'aruddin sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel, es steht kurz bevor, dass die Tore sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Gebe nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt ihm nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah azza wa jalla. Denke niemals so von Allah subhanahu wa ta'ala. Ahusnu zannet man das. Das ist gutes Denken von Allah azza wa jalla. Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht, weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu haben. Was für eine Ehre ist das, dass Allah seine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du etwas Besseres von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es sich hinaus zögert, die Antwort wird kommen, weil Allah es versprochen hat. Allah hat es versprochen, subhanahu wa ta'ala, zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Also bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanahu wa ta'ala. Es gibt einen Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, a'udhu billah, er macht Tawaf um sein Götzen. Und natürlich, er ruft, ja, Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, a'udhu billah, ja, Sanam, gib mir das, ja, Sanam, versorge mich, ja, Sanam, heile mich, ja, Sanam, a'udhu billah, iman Ghadabillah. Und es gibt ja einen Fitra in den Menschen. Die menschliche Veranlage. Fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanahu wa ta'ala, aus Fehler, wegen der Fitra, die in ihm steckt, er sagte, ja, samad. As-Samad hu, alladhi, tasmudu ilayhin nasli qada'i hawa'iji. As-Samad ist Allah, a'udhu billah. Was heißt Samad? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Ho, as-Samad, wir lesen oft, qull wallahu haddallahu samad, wir verstehen sie nicht. Qull akhi, voll ihm alf ab. Genau. Das heißt, alles ist von ihm abhängig und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. A'udhu billah. Aber viele wissen es, wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Dass sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung. Darüber war al-ayyadu billah. Der Mann aus Versehen sagt er, ja, Samad. Allah sagt, labbayka abdi. Und das war Zeit von Musa, Musa sagt, ja, Rabb, er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja, Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird, außer mir? Allahu akbar, rabbi al-alamin, subhanahu wa ta'ala. Also, liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht, wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, werden wir, inshallah, ein Darst machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich, mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre über Allah, azizu wa jala. Letzte Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst Allah eure Probleme. Sucht nicht, a'udhu billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man nur den Zaun Allahs und Allah bestraft dann a'udhu billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du alles Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt nicht, dass Allah dich hasst. Nein. Und wenn du siehst, dass Allah jemanden gibt, der vielleicht kafir ist, oder der ein ungehorsamer Diener ist, und du siehst, Allah gibt ihm viel Dunya, denke nicht, dass Allah ihn liebt. Wir haben andere Maßstäbe im Islam. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallam. Wenn du siehst, das ist nur alles eine Erinnerung von meinen Geschwistern, damit die nicht aufgeben, wenn er sieht, Allah subhanahu wa ta'ala den Ungehorsamen für seine Sünden das gibt, was er liebt, dann glaubt nicht, dass Allah ihn liebt, sondern das ist eine Abstufung für ihn. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihn, damit er weiter daran glaubt, dass Allah ihn liebt. Er sagt, ich mache ja Sünden, Allah hat mich nicht bestraft, sondern er gibt mir das, was ich liebe, das heißt, Allah liebt mich, also ich mache weitere Sünden, und er vergisst aber, je weitere Sünden er macht, desto mehr Strafe erwartet in den Jumal Qiyama. Also liebe Geschwistern, schau Allah, wenn ihr nicht wisst, fragt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Möge Allah imma uns subhanahu wa ta'ala die passenden Antworten geben Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma bihamdik Ashhadun la ilah al-an Astaghfiruk wa atubu ilik